So, hallo Leute, folgendes, ich habe SCP gerade angezockt, aber das Spiel hat mir ziemlich viel abverlangt, ich habe mich umgezogen, das Spiel verlangt ziemlich viel ab und ich hoffe, der Part, obwohl er recht gut ist, gefällt euch trotzdem irgendwie, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber SCP hat mich ziemlich geohnt, ich werde sicher noch mehr machen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß! So, hallo Leute, ihr wolltet das nicht anders, der schreit mir nennen, so, ich muss lautstärken, klein mich leiser machen, Leute, willkommen zurück bei einem neuen Projekt von mir, SCP 087 B, und das ist ein Horrorspiel, wie man unschwer erkennen kann, wir sind in diesem Scheißkorridor, wo es kackdunk ist, wo man nichts sieht, hier auch eine schöne Tür, die kann man nicht aufmachen, wir sind Totenkopf wirklich gerade, und ich habe, ich habe echt keine, ich habe echt keine, keine los, das Scheißspiel zu spielen, weil das kommt mir noch mal eine Ecke heftiger vor, und es geht eigentlich nur darum, wir müssen uns runterbewegen, wir sind in diesem Scheiß-Stiegenhaus, und wir sind in diesem Kack-Stiegenhaus, und müssen einfach nur im Kreis gehen, und ab und zu kommt ein Kackmonster, und, oh mein Gott, zweiter Stock, oh, wir befinden uns im zweiten Stock, und dieses Spiel, das, oh, 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 oh In Geländer Was? Geländer? Kommt da auch? Okay Also die Welt ist zufalls Ich sehe nichts Macht mal wer hier die Lichter an Oh mein Gott habe ich Angst Das ist ja schlimmer als Slender Du gehst halt in so ein scheiß Korridor Und dann kommt irgendwann Penner auf einmal um die Ecke Und ich werde mich so erschrecken Leute Vierter Stock Ihr könnt euch schon mal draufhauen Das ist, dass ich mich wirklich zu Tod erschrecken werde Und ich hoffe ja auch Weil ihr sollt ja mit mir leiden Also Slenderman kommt mir fast zuvor Als ein scheiß direkt dagegen Also Slender war ja schon mal ziemlich arsch heftig Aber das, das sprengt ja Dimensionen Und es kommen immer wieder ein paar Okay Es kommen, warte mal, Moment So Es kommen immer wieder so ein paar Passagen Wo auf einmal etwas passiert, was man Oh mein Gott, ich habe Angst Äh, was man nicht erwartet Ah Boah Du hast doch mich What the fuck Dieser Funkspruch Also das war gerade Das war gerade ein scheiß Funkspruch Der mir gerade gesagt hat, dass ich jetzt keinen Kontakt habe Als wäre das so wichtig Ist mir kackegal Aber hört auf mit diesen Also ich werde spielen bis zum ersten Encounter Wenn ich tot bin, bin ich tot Und dann höre ich auf Weil das Spiel Ich meine Der Durchschnitt in Überlebenszeit ist glaube ich so Oh mein Gott Oh mein Gott, ich drehe mich jetzt nicht um Nein, 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 nein Oh mein Gott Boah, ich kann nicht mehr Wenn ich jetzt Escape drücke, ist es aus Und beim ersten Encounter höre ich auf, Leute Mehr kann ich nicht Mehr kann ich nicht Mehr hält mein Herz nicht durch Und mehr will ich auch nicht machen Also Oh mein Gott Oh mein Gott, das war jetzt Das waren jetzt aber nicht unsere Freunde Okay, eine Eine Himbeersaftpause Oh mein Gott Ich trinke sehr gerne Himbeersaft in letzter Zeit Und ich habe wieder Gänsehaut Sieht man das? Sieht man das? Ja, sieht man Oh mein Gott Also ich glaube Also Wenn man es ein bisschen größer macht Dann sieht man es Das war gerade nicht unser Freund 10. Stock Oh, ich bin da schon ziemlich weit gekommen Hör auf zu atmen Also wir spielen gerade keinen Fisch Also ein Fisch würde Blub, blub machen Nicht Oh mein Gott Oh Mann, ich habe Angst, Leute Ich habe wirklich Angst Und ihr tut mir so scheiße an Wegen eurer Unterhaltung Oh mein Gott Oh, ich schwitze wieder Ja, das Leibold Nee, das versteige ich nicht Das ist eines mein Lieblingsleibold Das andere war auch mein Lieblingsleibold Versteige ich auch nicht Wer rumpelt hier Aus Oh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Spiel Mir, mir Boah Also Oh, the fuck Wenn das der Staat sieht Mein Name ist Michael Und möchte jetzt schon Pension einreichen Und Fenster Guck, guck Oh mein Gott Ich habe wirklich extrem schieß Der Part dauert 5 Gibt gerade 5 Minuten Und ich habe Angst Ich habe das Gefühl, dass es schon eine halbe Stunde ist Und ich schwitze schon wieder am ganzen Körper Und habe 14 Wir sind gerade im Stock 14 Und es kommen immer wieder Schatten Also es soll Es kommen immer wieder so Ein paar Schatten Und ein paar Augen sollen auch auftauchen Irgendwo Oh Mann Ich hoffe wirklich, dass es bald vorbei ist Weil ich würde viel lieber Ich würde viel lieber So was hier spielen So was Kind im Harz Das neue 3D 3DS Kind im Harz Das zocke ich gleich danach an Weil dann kommt dann Mickey Mouse Und Donald Und dann habe ich nicht Ah, ah, what the fuck Oh 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 What the heck Oh 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 Oh